Jo, herr Freunde, willkommen zu meinem heutigen Video auf meinem Kanal und heute habt ihr im Titel gesehen, löft sich mal ein Geheimnis und um was es für ein Geheimnis geht werdet ihr jetzt gleich erfahren, lasst gerne Postbewertungen da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt und ja, ich würde sagen, haut da rein, bis zur ersten Runde und bis gleich ja, aber die meisten fragen sich wahrscheinlich, was meint dieser Spasti jetzt hier mit Geheimnis, ne aber und zwar kann ich euch das gleich mal ganz gut und passend erklären und zwar wissen ja einige, dass der Intro-Link nicht funktioniert, wenn ihr auf mein Intro-Klick quasi unten ist ein Link, Intro-Link, ne und ich hab das selbst am Anfang auch nicht gewusst, dass dieser Link nicht funktioniert aber irgendwann, nachdem ihr mir das alle in die Kommentare geschrieben habt, hab's natürlich auch gesehen ich hab da meistens dann nicht drauf geantwortet, weil ich einfach so wollte, dass das Intro nicht so allzu krass bekannt wird klar, das Lied kennt man auf jeden Fall, also nicht denken, ne, ihr wisst, was ich meine aber ich wollte eben einfach nicht, dass jeder eventuell euch dieses gleiche Intro benutzt und hab dann gedacht, okay, du weißt, dass das der Link falsch ist, aber lasst jetzt einfach mal falsch, ne ist ja jetzt nichts Verwerfliches, beide hatten Dings, okay ähm, okay, hab ich mir gedacht, irgendwann ist es doch irgendwie richtig dumm, quasi die Abonnenten so im Dunkeln tappen zu lassen weil die nicht wissen, das Intro ist eigentlich schon richtig eins von der besten Intros, die ich je hatte ihr mögt es natürlich auch alle und ich hab mir gedacht, okay, dann machst du einfach mal ein Video, sagst jetzt eigentlich, wie der Hase läuft und wie der Hase, wie das Lied heißt und allgemein, wie deine ganzen Intro Lieder heißen, Tim und das hab ich dann jetzt auch gemacht, also mit diesem Video mache ich das jetzt auch und zwar heißt mein Intro Lied, ähm, hier, ausgetappt, hier von Alessia Cara im, ähm, Lucien Remix und Link dazu unten ist jetzt in der Beschreibung, Leute, also, ähm, wer das jetzt wirklich wissen will, unten ist der Link ich werde auch übrigens mein altes Intro weiter benutzen und nicht dieses neue, was mir gemacht wurde aber noch danke nochmal an den GenMotion, der mir das gemacht hat, ähm, ihr mögt mir einfach all dieses Intros, so, ne weil, keine Ahnung, ich finde es auch mega geil, das Intro ist mega cool, vor allem der Song kann man halt auch so wirklich so Ohrwurmfaktor schreiben, auch viel, dass ich deswegen den auch behalten soll so nach dem Motto, ja, ich singe bei deinem Intro Lied immer mit war auch ein cooler Kovid-Sag und deswegen hab ich gedacht, komm, jetzt sagt er mal den Titel und nebenbei kann ich ja noch alle anderen, ähm, Lieder sagen, die ich so verwende das hab ich zwar schon mal gemacht, aber es sind ja viele neue Abonnenten dazugekommen und deswegen kann man das natürlich nochmal machen, ne und, ja, ich muss auch so schauen, dass der, dass der Kandidat, der gibt uns hier die Lowground Hits Ey, es ist doch witz, dass ich wieder für ein Knockback kassiere, ey und ja, Leute, man kann das wirklich Geheimnis sein, weil es hat wirklich so viele Leute haben danach gefragt, wie ist es Intro Lied denn jetzt heißt und ich hab's halt irgendwie nie richtig Beantwortung, weil es ja, wenn er mal in den Kommentaren eins zählen, aber nie eine große Antwort gemacht, deswegen kann man sich wirklich den Titel wirklich so stehen lassen, das ist wirklich schon so ein Geheimnis, ich hab's ja wie gesagt, diesen Link unten gehabt, aber der Link hat nie so richtig funktioniert, ich hab gedacht, okay, diese BitLie Link da gemacht, ne, geht alles lockerflockig, ging anscheinend doch nicht, hat mich irgendwie gewundert, aber, ja, deswegen hab ich jetzt einfach mal den Titel, wie gesagt, die meisten wollen es ja immer, weil es ist wirklich der Kommentar schlechthin, ja, Thym, dein Dings geht nicht, der Link vom Intro geht nicht, Mäus Seriously, hat der jetzt ernsthaft in dem Moment dieses fucking Cockpap da gesetzt, das ist doch nicht sein Ernte, oder? Seine Ernte? Okay, wir tun ganz kurz hier noch was Fuden, ähm, und ja Leute, wie gesagt, er lässt ja Carrie, Cara, ähm, hier im Lucien Remix, und Link ist, wie gesagt, unten und, ich hab gesagt, ich soll jetzt auch noch die ganzen anderen Lieder sagen, die ich schon selber benutze in meinen Videos, und, da wäre zum einen mal, Moment, warten Sie, und, wie gesagt, die ganzen Leute, die, die mich jetzt auch schon länger abonnieren, wissen ja auch, dass diese, ähm, quasi wie auch diese anderen Lieder heißt, aber ich möchte einfach noch mal sagen, also nicht wundern, wenn ich dich jetzt, äh, mich jetzt noch mal, ähm, erwähne, und zwar habe ich ja unten mal die ganzen Links reingepackt, was es sonst noch so alles gibt, von den Lieder, die ich, ähm, immer reinhau, und durch mein neuer Sommer-Hinter 2016, Fruchtmax und Hugo Nameless mit Benze, solltet ihr mittlerweile kennen, ähm, das kommt manchmal so am Anfang, und, ja, wie gesagt, ein Link dazu ist jetzt alles unten in der Videobeschreibung, und zum Beispiel, tue ich davon Shindy JFK, zum Beispiel benutzen, ähm, dieses Instrumental, diese Mario D, 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 also, das solltet ihr ja kennen, das ist momentan immer so der, der Einleiter bei meinen Videos, und, CDS, D, okay, oh, da haben wir ihn bekommen, aber ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der nächsten Runde nochmal, dann gibt es natürlich noch andere Songs, wie, was weiß ich, ähm, irgendwelches Beispiel Feel Goods, das habe ich euch beim Julius gesehen, ein klasse, ein klasse Track, ähm, das zum Beispiel ein Lied, das ich seit neuestem auch gerne mal reinhaue, oder halt auch irgendwie solche klassischen, ähm, Lieder, solche Remixe, die ist das, was man aber auch kennt, ähm, und wie gesagt, der Link zu den ganzen Lieder ist halt unten in der Beschreibung, ab sofort, immer aktuell, brandneu, ähm, und ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne mal so ein paar coole Lieder in die Kommentare schreiben, dass ich die mal benutzen soll, oder sowas, das würde mich mal interessieren, was ihr da so gerne hören würdet, zwar als Hintergrundmusik, oder etwas desgleichen, äh, so, wow, ist hier ein krasser G, er hat uns jetzt zum Brennen gebracht, oh, hat er nicht, hat er nicht, mit seinem Randy Skin, äh, okay, der hat ja, jetzt erstmal den Knockback drin, nicht, er stirbt doch, ja, jetzt ist er tot, finally, so, die Eier, den müssen wir auf jeden Fall usen hier, so, und, so, dann haben wir noch mal 10 Dias und sonst, gibt's eigentlich nicht viel groß anzusprechen, wir greifen ja die ganzen Videos momentan immer morgens auf, deswegen sind die Runden meist immer nicht so befüllt, ähm, das ist das Problem, wenn ich einfach nicht wieder Ferien kann, ich hab's auch keine Ferien, aber ich hab halt keine Schule mehr, wie die meisten wissen sollten, deswegen kann ich das momentan relativ gut einteilen, YouTube, und kann deswegen auch momentan Daily Uploads, ähm, aktiv machen, also ihr merkt es ja, dass ich momentan täglich Videos hochlade, also wer es nicht weiß, ich lade täglich Videos hoch, und, den hier würde ich gerne bekommen, oh, nein, jetzt kriegen wir den einfach nicht, und es ist ärgerlich, ey, die Schneebälle, geht ja gar nicht rein, hier, dort den Helm ziehen wir aber nochmal an, das ist, das ist ein guter Stuff, aber jetzt gehen wir nochmal zu dem Typ, würde ich sagen, ähm, ey, es ist doch unglaublich, ne, ich, ich treffe einfach nichts, nee, 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 so, wir gehen jetzt einfach mal darüber, und ich will wieder mit Shaders, hat ja den meisten relativ gut gefallen, dass ich hier mit Shaders spiele, und deswegen ziehen wir da durch, Jungs, da ziehen wir durch, und, ja, Jungs, wir machen den MLG-Move, habe ich halt im Hinten, hinten gesehen, im Augenwinkel, so, wie eine Type den MLG-Move macht, das machen wir jetzt auch Leute, einfach, weil wir es können, und, so, 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 wie geht es nochmal, genau, ich hab, wie geht es nochmal, ich weiß ja noch ganz genau, so, Druckplatte brauchen wir jetzt, und, ja, wow, so, so, Koppelb haben wir, und, auf geht's, Jungs, und, ja, jawohl, wir haben es geschafft, Wasser, nein, stell, rüber, ich muss da rein, irgendwie, nein, neulich, ich schaffe es nicht, wei, wei, wir haben es noch überlebt, ey, das war ja nochmal richtig knapp, so, schnell wieder Stein, Usen, ey, so, okay, 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 also, der MLG-Move wurde easy, gemeistert, ist es ein Team, nein, das heißt, wir können den, hoffentlich holen, aber der war nicht mal low live, das war das Problem, ich dachte, wenn noch irgendwie low vom Leben her, ist, wenn er nicht so easy bekommen würden, aber, Jungs, der MLG-Faktor war natürlich ganz klassisch hier vorhanden, so, wir machen mal ganz kurz zum Workbench, so, und, ja, sonst gibt es zu diesem Thema mit der Musik nicht mal so anzusprechen, aber, ich wollte es einfach mal sagen, und, sei unfair, da euch da so im dunklen Tast hinzulassen, als, wie man ja bekanntlich so schön, ähm, sagt, so, ich komme jetzt einfach mal ganz schnell rüber, so schnell wie es geht, da würde ich fast büttchen, aber, ich habe Angst, dass ich dann sterbe, ist es geil, was mache ich das nicht so gerne, halt allgemein, weil ich es nicht so gut kann, also, alles andere als gut, und, der Typ kommt zu uns, das finde ich gut, wir haben jetzt extra eine Rot, und nochmal, Eiden Schneeball, Eiden Schneeball, mit dem wir bestimmt nichts anfangen können, Moment, Mobile Leute, okay, wir kommen jetzt gerade von hinten, das sollte, relativ gut sein, wenn ich jetzt irgendwie runtergejobbt werde, raste ich aus, irgendwie mit einem Schneeball, oder das gleiche, dann flippe ich, dann flippe ich sowas von, so, kommen Leute, jetzt müssen wir hochgehen, und, wo ist das, er springt da hin, ja, ja Leute, wir haben ihn getötet, es war, es ist ja, ich treffe zwei Jahre, von anderen Seiten nichts, gefühlt, treffe ich keinen einzigen Schneeball, jetzt machen wir einfach diesen easy shot hier, locker easy, so, ein bisschen Wasser bräuchten wir eventuell noch, weil sonst, wie das ja, eine haarige Angelegenheit, ja, wir haben kein Wasser, drei Herzen, oh mein Gott, Jungs, es ist echt, hui, richtig knapp, wow, GG Leute, ich würde sagen, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, von den Skywars Spielen, auf gomadebook.net, lasst gerne einen Puls hören, da würde mich mega freuen, und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video, haut da rein, und ciao, ciao.